Du musst es mir nicht aufhören, du sagst halt immer, ich habe einen in der Matte, aber... Ja, ja, wo verrate ich eigentlich, das sind ja meine Geheimnisse. Das meinst du sogar ernst? Das ist das Problem. Replay 9, danke. Ach je. Also Freak. Wo willst du denn noch nicht? Ach so, wenn sie über die Garage kommen, dann kannst du die nämlich da unten hinter dem einen Poller verstecken. Wenn du schnell genug willst du meine Geldwäschung platziert da an deinem Fenster. Auf 4, Drone, der Biohazard-Kontainer. Was machst du da? Wieso denn in der Geldwäsche? Weil die hier oben vielleicht von der Wand da kommen könnten. Entschuldige! Aha, Drone ist von mir gefallen. Ach die... Hier ist zu. Äh, offen. Ich weiß nicht. Und kein ist in der Garage? Ich geh gleich wieder rein. Ich bin bloß noch am legen. Oho, ein Spawn-Killer. Oh fuck. Ja, ich sag dir hier ist offen. Habt ihr genug zum... Wie, die, wie, die Garage-Tool ist offen? Hier ist offen. Jep. Wieso das? Weil da keiner zugemacht hat. Kann man die noch zumachen? Ja. Nein, die ist aufgesprengt worden. Die kannst du aber noch zumachen. Ach man, an der Tür ist auch einer, David. Ja, da schau ich hin. Nicht diese. Die hinteren. Nach draußen. Ja, aber bei mir auch. Und wenn er da rein will, müsste der erst die Falle kaputt machen. den ich da eingeleckt hab. Ja, warte. Das ist hier. Irgendjemand müsste halt rein. Ja, ich kann nicht. Kachi steht vor mir. Der steht immer noch. Jetzt kommt er rum. Jetzt kommt er um die Ecke. Okay. Der kommt vom Hole. Vom Öppel noch. Da hinten. Rechts. Rechts. Der da hinten. Der ist da hinten. Jetzt weiter links. Keine Muni mehr gehabt. Sorry. Alle Freundlichen wurden eliminiert. Missionsverlust. Da chillt er. War aber ne gute erste Runde für mich. Yay. Na 3 kills. Schwach. Hast du gesagt schwach? Von hier bin ich schon mehr gewohnt. Das war so ne Drucksituation. Keiner hat's aufgenommen. Hey, ich hab nen Assist. Bin zufrieden? Natürlich hab ich's aufgenommen. Ach, nimmst du auf? Hast du ne Ansage gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Hab ich keine Ansage gemacht? Ich glaube nicht. War eben nicht, ne? Oh fuck. Hallo. 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 Hab ich voll vergessen. Oh shit. Nee, bei mir läuft's ja durch. Ich hab ja dann irgendwann, was ist es nicht, ne? Drei Stunden Datei? Und dann cutte ich die Scheiße raus. Die ich brauch. Na? Also immer wenn ich kille. Was hast du gesagt, Freak? Also immer wenn ich kille, ja? Genau. Das schneid ich dann raus. Und wenn es nicht drin ist. Keller frei. Oben. Bedroom. Oh, Mutement. Stoßkacke gebaut. 10 Sekunden bevor insertion. Insertion in 5 Sekunden. Aha. Da hat aber noch wer außer mir gespottet bei Matze. Ich hab's genau gehört. Ich war's nicht. Ich war's wirklich nicht. Eine Kamera. Meine Punkte. Passt auf die Kill Holes auf gegenüber an der Wand. Passt auf die Geldwäsche auf. Ihr wisst was zu tun ist. Kill Holes kannst du gerne machen. Ist zu, GKs, äh Zugmann. Hey, Geldwäsche auf. Passt. Und wo? Puls ist ganz draußen da hinten. Da hinten war Puls. Ah, toll. Ist gemütet. Strip Club. Ich hab halt normale Granaten. Guck mal, lass ich mal versuchen. Äh, ja, aber werf irgendwie durchs Fenster oder so. Ich hab gedacht, hier durch dieses kleine Loch hier. Fakt, 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 Granate. So, natürlich nicht. Boah, was hat denn die viele Range, ey? Muss ich hinlegen. Das war man ja geil. Ja, geil. Bös. Bös. Ich muss mich hinlegen. Da kann ich ja gar nicht mehr fliehen. Ey, du hast auch zu weit nach unten gezielt. Da bin ich noch gesielt. Das Loch hier nach oben. Also offen ist schon mal. Ich guck mal mit ner Drohne rein. Aha, da unten ist jetzt Puls. Ich will einen Raum haben. Geht nicht mehr. Ja. Ich will jetzt halt auf meine Drohne hinziehen, weil ich weiß, ob... Wo ist denn der? Da oben. Der Bunga wants to be my friend. Im Badezimmer hinterm Schild. Wir sind, äh... Süden, äh, der Dusche. Ich glaube, das ist echt ein schlechter Spot. Man sieht gar nix, ne? Beim reingucken. Ja, ich weiß. Äh, Achtung, ob von dem einen Sportraum ist gleich mit reinkommen. Ich will, äh... Kill hol. Doch. Ah, fuck it. Ja, ich lief mir grad ein Battle mit... Achtung. Puls. Überstück. Alle drei drin. Doch, alle da. Achtung. Kill holen. Ja, ich hab nichts gesehen. Okay. Tja, da hat Puls sich geschlagen mit einem Prefire wieder, wa? Also, warte. Hm. Also, das Ranked, das läuft heute einfach. Hm. Ich bin auch echt froh, dass ich gestern nicht aufgenommen hab, sondern heute. Und so sagen wir, Achtung, alle drei im Raum hilft mir nicht weiter, wenn ich hinten in der Dusche hock. Ah, jetzt können wir's ja wieder drehen. Ich meine, Kashi und David müssen ja auch noch killen, dann passt das schon, wenn die anfangen. Kashi muss mal Punkte machen mit 30 Punkten. Ja, ich bin meist schon dreistellig. Ach stimmt, letzte Runde wurdest du direkt gekillt, ne? Ach, das ist ja auch wieder ein Scheißraum. Jo. Jo. Kommt davon, wenn man sich enthält. Hihi. Dann darf man sich aber auch nicht beschweren. Wie bei der Wahl. Das stimmt. Man geht nicht wählen und beschwert sich dann, dass es die Merkel oder sowas wird. Du hast gerade eine Drohne in den Keller gefahren, ist das ihr ernst? Warte bumm. Habe ich gekillt. Hier bitte nicht zumachen, ich will, dass sie hier durchrennen. Das Ding ist echt fies zu sehen mit dem Laser da drüben. Und wenn ich in die Bar gucke, siehst du es auch nicht, weil die Bar rot ist. Hehehe. Ready for company. A great camera. Irgendjemand zahlt sie wohl nach oben. Ja, die schießen hier auch schon die Fenster kaputt. Ich bin tot. Blackbeard alle oben. Also zwei mit Muss. Da oben alles aufgesprengt, aufgeschossen, die kam aus allen Richtungen. Gibt es hier einen Dropper? In der Raum? Äh, ihr habt am Billiertisch hier drüben. Mhm. Der geht über den Fitnessraum. Hinter dir ist gerade einer runtergesprungen. Ganz zumindest so. Das. Nein. Ja. Ja. Da oben. Ja. Ja, da oben. Ja. Ja. Jetzt nehmen wir es einer, ne? Hm? Jetzt nehmen wir... Ach, der ist da, okay. Da. Ey, willst du mich verarschen? Sieht mir nicht, mein Sprinkrad über mein Schild empfängt anzufeuern. Ohne? Hinter der Bar. Pst. Äh, Inga, gleich, die ist replettiert. Der letzte ist hier mit der Bar. 10 Sekunden zu gehen. Ja. 5 Sekunden remaining. Nice. Schöne Runde. Und ich hab mir das alles angeguckt. Ja, ich war jetzt back up da. Peace, peace, peace. Der andere ist jetzt auch warm geworden. Also es scheitert echt nur noch an euch beiden so, ne? Ja, ja. Ich weiß. Guten Morgen. Wir haben es 1942. Ja, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Ich hab grad was schon 1900, 1942. Hä? Ich hab es 19. Ich hab auch 1900 verstanden. Ah, ja. Deswegen hab ich den Text weitergeführt. Der singt doch da, der singt bestimmt nicht 92, ne? Oder doch? Ah, ich hab es nicht verstanden. Der hing halt auf jeden 5 Punkte, wa? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der Assist, den du da hast. Ja, 5 Punkte wert, das kann sein. Ja, das ist ja hier Verletzungsassist 15. Äh, ich glaub, die sind da, wo wir waren. Ja, und dann Eliminierungsassist sind 75, 125. Wenn ich einen Kopfschuss mache, sind es 120. Dann sind es die 5 Punkte. War noch nie gut in Mathe. Ja, das... Wir haben den Trapper nach unten aufgemacht. Nach unten? Oh, Benni ist online. Vielleicht reicht es dann für den, das nächste Match. Ja, 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 ja. Das kann ich wenigstens ein paar Punkte geiern. Nein, das bin ich sogar letzte. Ha! Vorsicht, Spawnkill! Ja, du bist der Einzige, der da drüben ist. Kashi war doch noch neben bei mir. Warte, ich schau mal kurz mit einer Drohne ran. Jo, check mal den ersten... Also, der erste Raum hier ist jetzt leer. Ich schau in den Skrip... In den Strip-Club. Da ist auf den ersten Blick keiner. Warte kurz noch. Ah, fuck, da steht ein Jammer. Der reicht so weit, der fucking Jammer. Also, ich habe aber kein Gesehner. Okay, aber hat dieser Geld verschafft? Ah, Mist, die Wand ist wieder gemutet. Ach, Mist, wenn da da war, ist er, Dick Jäger. Das ist Kavira. Hier kommt. Kavira hat mich... Ich bin verletzt. Baut mich hier, hier, hier. Ah, nice. Okay, bin tot. Von wo? Ach, Echo kam noch um die Ecke. Bei dem Gang zu der Bar steht ein Schild und dahinter liegt der Jäger. Vielleicht kannst du mit der Ash dann halt auf das Schild schießen, beim schnellen Vorbeilaufen. Aber vorsichtig. Das ist die Echo-Drohne. Vorsicht, die Echo-Drohne, Kashi. Über die Echo-Drohne. Down to one friendly. Easy. Dann haben wir halt noch Puls, das ist blöd. Ja, und noch zwei andere. 10,4. Geil, dass die sind jetzt killgeil. Was, hey? Schieß kaputt? Nein. Nee, ich lass ihn holen. Da steht einer. Lauf frei. Pass auf, und oben. Hostile Activity. Five seconds remaining. Puls. Geh hinten. Ja, fuck, ich wollte gerade schießen. Wo, wer hat der geschossen, hä? Ja, das Problem ist, Kugeln sind anscheinend schneller als der Scheu. Und deshalb hörst du es nicht. Krass. Hätte ich niemals gesagt, dass... Nee, hab ich nicht gesehen. Naja, wenigstens hast du ja nicht gesehen. Hast du noch einen schönen Kill machen können. Zwei. Ja, aber den einen, wo ich meinte, der ist unbekannt. Achso, der andere war nicht schön. Nein, der ist einfach nur rausgerannt. Achso. Das war ja ein blindes Gespray von dir. Ich hab dem... Meine Ash-Ladung so sehr viel entgegengeschossen. Ich hab mich sogar verletzt damit. Keine Ash-Ladung. Ja. Hey. Ich rufe mich ja auch auf meinen drei Kills aus von der ersten Runde. Hm. Aber reicht, wie sie es ist, es reicht. Für was? Ja, hab nochmal 40 Punkte Abstand zu Ingrid gemacht. Wo ich die halbe Runde tot war. Ob das denn das ist? Wieder dazu gekommen. Ja, ich hab Caveira angeschossen und vorbeigehen. Und dann kam die bei mir auf mich zugerannt und dann war er vorbei. Ja. Das Problem war, die kam nämlich, die kam nämlich, weil die wusste, dass sie von Echo Backup bekommt. Und dann, ja. So ist es, wenn man zusammenspielt, wa? Na, echt, echt komisch. Ach komm, tschüss. Wegen dem scheiß Laub oder was? Das passiert hier. Hier, hier, komm mit, äh, eine Matte, David, eine Matte, David, eine Matte, David. Achso, wenn sie da runter springen, oder was? Nein, nein, genau da. So, dass man die nicht sieht, weil die gehen definitiv hinter diese Mauer, um zu gucken, ob man ein Feind ist. Ja? Ja, so, dass man sie nicht sieht. Ah, ich hätte sie längst dazu gelegt, aber ist auch egal. Das ist so meine Taktik. Op-4-Drone hat den Biohazard-Kontainer gelegt. Wir kommen über der Garage. Küche kommen sie. Echt? Okay, nein, ich hab bloß irgendwas umgehört. Ich glaub, die kommt vom Tunnel auch. Ha! Das war die Matte. Freak. Freak. Do's down. Bug auch. War das? War die Matte? Nice. Ich glaub, der letzte ist auch noch bei mir, oder? Oder hast du den erschossen, den Geld? Daumen. Bug hab ich erschossen, der war da unten. Okay. Oder der letzte ist, weiß ich nicht. Der war grad noch bei der Küche. Ja, er kommt. Hab ihn. Bam. Guck euch diese Falle an. Ich hoffe, man sieht sie noch. Die ist so perfekt, die da an der Tür hängt, weil die Gegner versuchen, die zu holen. Seht ihr? Und die kommen dann genau in mein Schussfeld. Noch ne perfekte Falle. Das hat nämlich Fuse eben auch gemacht. Noch einmal gewinnt, um den Matchball aber wieder ein bisschen nach hinten zu schieben. Ja. Ach komm, ich nehm Fuse. Jetzt ist ihm alles egal. Jetzt nimm der Fuse. Ja, Fuse war sonst mein Hauptcharakter, mit dem er ich am meisten Spielzeit, ne? Und hat sich dann demnach auch am meisten mit getötet. Mit dem fühle ich mich nicht so sicher. Da passe ich mir auf. Das ist vielleicht gut. Oh, Matze. Warst ja auch fleißig. Ja. Ja. Aber das ist auch ganz akzeptabel, diese Runde. Ja, danke. Danke. Ja, Kashi, was machen wir mit dir? Ja, ja, Ahnung. Einfach Leute verletzen. Und dann ihn abstinken lassen. Und dann liegen lassen. Ja, genau. Also wichtig ist erstmal, dass Kashi nicht gleich gespawnt killt wird, damit er mit Setscher was machen kann für mich. Äh, die waren wohl noch nicht im Keller unten. Die sind im Keller unten. Da kommen ja gerade zwei entgegen. Ja. Mute geht erstmal in die Küche. Also müsst ihr auf die Küche aufpassen. Ja, weil Kiri geht da hoch. Mute hat da die Kameras verfolgt. Ich glaube, einer fliegt gleich raus. Der läuft auf der Stelle. Oh, das wäre geil. Oh, was sah das jetzt noch so aus? Ne, ich habe das auch gesehen. Kapkan oder was oder Satschanka? Irgendeiner damit. Hihi. Okay, wo gehen wir rein? Garage finde ich schwierig, weil du halt wirklich... Ja, du hast nur den einen schmalen Gang. Aber wir können die ja mal vermuten, dass das noch von hier kommen. Ich muss halt erstmal irgendwo ein höher gehen, damit ich da runter füßen kann. Küche wäre für mich optimal. Wollen wir mal Küche versuchen? Ich gucke. Da war wohl einer drin. Oben in der Ecke. Ach, gib's sicher. Geh, komm. Wo ist denn der? Wo war der? Den gar nicht. Kashi, wo war der, der durchge... Ach so, oben. Ach so, oben. Ach so, oben. Ach so, da stehe ich. Über Küre. Guck da die ganze Zeit hin und dann gucke ich weg und naja. Ja, Echo und Mews sind unten und ja, Mews kommt jetzt auch hoch, weil er merkt, das sind nur noch zwei. Die holt da, da möchte er gerne mitmachen. Denkern, Valkyrie ist in der Garage, ne? Ja, ja. Das ist zu zweit in der Garage. Ach, fuck. Die Hälfte der Kugeln daneben gesetzt. Alle Kugeln daneben gesetzt. Ah, das Matchball, ne? Mhm. Ja. Was ist das denn da? Die Echo-Krone. Kann das auch nicht. Ne, die sind seit einer Woche draußen oder so. Ach so, ne, der macht halt so einen Sonic-Boom, so eine Scheißwelle. Das Ding hab ich schon mal abgekriegt. Ja, ja, die, ja. Gestern, das war halt. Kann halt fliegen. Kann halt fliegen und, ja. Ja, und die Banner kann halt wie Term halt Wände sprengen, ne? Versteigen. Da hab ich auch schon gesehen. Aber ich hab bloß die Drohne noch nicht gesehen, wie genau die ausschaut. Und die ist wie Drohne. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.